Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Niemand hat das Hobby mit den Alpinen schwimmen, ausser vielleicht Plastiksäcke. Nein! Wäre es noch mal eines weitergegangen, Heo ist langer gewesen. Er sagte, mein Name ist Marcel, ich bin 15 Jahre alt, meine Hobbys sind Stadtga und iPhone, Pharao, WhatsApp und Gott liebt mich. WTF? Und Marcel, seine Hobbys sind Stadtga anscheinend würde ich Gott an, wenn man keine Präpositionen braucht und iPhone vor allem WhatsApp. Das ist ein Hobby von ihr. Es macht keinen Sinn, wie ein Ereber zu sagen, mein Hobby ist Telefonkabine, vor allem Telefon. Und ich habe solche Gedanken bei diesen Hobbys gesehen, dass es ziemlich gut ist an dieser Geschäft. Ich musste googeln, was eine Präposition ist. und ich habe das und die aufmerksamkeit. Das ist eine dringend-dramatische Gänge. Was? Du kennst das dringend-dramatische Gänge? Wenn jemand in der Toilette geht, hat er vier Schalz. Und bei dem Ende der Nacht, du kannst nicht walken. Das ist auch ein Herz. Als ich geschrieben war, dachte ich, mein Name ist ziemlich komisch. Deutsch. Ich gehöre natürlich zu den Leuten, die ihren Namen andern mussten, auf ihr und sagen, wie man ihn ausspricht. Ich habe hier auch allgemein alles vorhanden. Mein Name klingt ... 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 That ... ... ... ... ... ... ...